Musik Thomas Sobozik ist bei mir und wir sind ja noch nicht so ganz am Trainingsauftakt. Es dauert aber nicht mehr lange, bis wir dann unsere neue Mannschaft sehen. Ich glaube, es stand jetzt sind es elf Neuzugänge und wir haben ja jetzt schon verkündet, Daniel Frahn bleibt ebenfalls ein Himmelblauer. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt, oder, für so eine neue Mannschaft? Ja, das erhoffen wir uns natürlich und sind auch überzeugt davon, dass der Daniel zu diesen Spielern gehört, die das Gerüst der neuen Mannschaft abbilden sollen. Er hat sich auch klar positioniert, er hat vom ersten Gespräch an mit mir, das jetzt vom letzten Spiel stattgefunden hat, klar positioniert. Er hat da schon gesagt, er möchte bleiben, aber es hat eben seine Zeit gedauert letztendlich, bis wir es zu einem Vertrag gebracht haben. Jetzt muss man ja dazu sagen, er selbst meinte, er kann sich schon noch Nutella leisten, da muss er jetzt nicht zu Nudossi greifen. Aber das ist dann doch schon ein sehr, ich will jetzt nicht sagen harter Schritt, aber doch ein krasser Schritt, wenn man jetzt mal überlegt, was in der Profifußballwelt heutzutage eigentlich üblich ist. Also da scheint ja doch Daniel Frahn ein ganz schöner Schritt auf den Vereinen zugegangen zu sein. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Es geht jetzt nicht um ein bisschen was nachgeben, sondern es ist jetzt eine völlig andere Welt, in der wir uns da finanziell bewegen. Ich hatte aber gleich im ersten Gespräch mit ihm klar zum Ausdruck gebracht. Ich habe gesagt, Daniel, ich kann dir meine Wertschätzung entgegenbringen, ich kann dir sagen, was wir hier vorhaben. Und all das tue ich auch gerne, um dich zu überzeugen, dass du bleibst. Aber eins musst du wissen, wir haben echt wenig Geld. Und er hat trotzdem, wie gesagt, diese Gespräche angenommen, hat gesagt, ja, er versteht das und war da offen. Und dann haben wir ihm dann Schritt für Schritt letztendlich dann mit seinem Berater, der, muss ich sagen, auch sehr, sehr fair war. Denn man weiß ja heutzutage, die Berater haben natürlich schon mehr davon, wenn sie einen Spieler zu einem finanzkräftigeren Verein bringen. Das heißt, auch hier war der Daniel sehr, sehr gut beraten und hat letztendlich dann sich wirklich gegen Angebote von hier klassischen Vereinen, die finanziell in völlig anderen Sphären sich entschieden und möchte diesen Weg mit uns gehen. Möchte letztendlich das so nicht stehen lassen, wie wir letztes Jahr hier runtergegangen sind und dabei helfen einfach, hier etwas Neues aufzubauen. Und ich glaube, dass er dafür prädestiniert ist, auch den Fans, den Partnern hier eine Identifikationsfigur zu sein. Und auch das habe ich ihm gegenüber geäußert, dass wir uns schon von ihm erwarten, dass er letztendlich derjenige ist mit drei, vier anderen, die einfach vorangehen. Er wird ja viele neue Spieler kennenlernen. Nächste Woche Dienstag, Trainingsauftakt, neue Gesichter, aber auch schon Gesichter, die dem einen oder anderen Fußballfan was sagen, die auch in der Region hier schon gespielt haben. Kommt da jetzt noch viel hinzu oder wie ist der momentane Stand? Wie viel Spielraum hat man da jetzt noch? Naja, wir haben den Kader noch nicht ganz komplett. Es werden sicherlich noch zwei, drei, vielleicht vier Spiele dazukommen oder eben auch bleiben, von denen wir sprechen. Ob die dann am Montag bereits alle vollständig da sind, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir aber in dieser Woche noch vielleicht etwas vermelden. Und wenn nicht, dann wird es dann in der kommenden Woche passieren. Jetzt ist es ja so, dass der Kenntnis der Fans sich langsam daran gewöhnen muss, dass jedes Jahr viele neue Spieler mit dabei sind. Ist das vielleicht auch eine Stärke, die man daraus entwickeln kann, wenn ganz viele neue Spieler in dieser gleichen Situation sind? Ja, das wird sich so ergeben. Ich habe ja auch ein paar Jahre Fußball gespielt, deswegen weiß ich, dass jetzt die Tatsache, dass so viele Spiele einfach hier neu sind und sich komplett neu auch einrichten müssen, das verbindet ja auch. Das heißt, es werden sich Gruppen bilden, man hat ja die gleichen Herausforderungen, die gleichen Themen und dann wird sich eine Eigendynamik in der Mannschaft entwickeln. Wir haben aber eben mit dem Dennis Grote und mit dem Daniel Frahn zwei Spiele, die hier angesehen sind, die auch als Persönlichkeiten dazu in der Lage sind, da auch Hilfestellung zu leisten, sodass ich da mehr als nur optimistisch bin, dass das funktionieren wird. Es wird sicherlich etwas dauern, Auch da, wie gesagt, sollten wir Geduld mitbringen, dass wir vielleicht jetzt nicht von Anfang an als total homogene Truppe dastehen, denn das muss ich alles erst mal finden. Aber das ist eine Herausforderung, die auch unser Trainerteam annimmt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wann es losgeht und freue mich darauf. Und das, was ich am Anfang versprochen habe, denke ich, werden wir auf jeden Fall einhalten können. Das heißt, da wird eine Truppe auf dem Platz stehen, die beißt, die aggressiv ist, die einfach will. Und wir wollen, glaube ich, alle in Chemnitz wieder das Gefühl eines Sieges öfter mal genießen und auskosten. Ich glaube, das ist letztendlich, bevor vielleicht eine Frage zu Zielen kommt, das ist letztendlich das Ziel, dass wir einfach, ob jetzt Fans sind, Sponsoren, Partner oder die Spieler selber. Wir wollen wieder das Gefühl des Sieges genießen können. Das ist unser Ziel. Das, die Worte von unserem Sportdirektor Thomas Zubocek. Vielen, vielen Dank. Ja, und dann hoffe ich, dass wir zahlreiche Fans dann auch beim Trainingsauftakt sehen und in den nächsten Wochen und Monaten, dann lernen wir dann auch die ganzen... Am Neubauernweg, ne? Am Neubauernweg. Genau, am 19. Sollte man vielleicht auch nochmal sagen. Ich glaube, um 17.00 Uhr, 17.30 Uhr geht es dann los. Das heißt, ja, es ist dafür gedacht einfach, dass unsere Fans die Möglichkeit haben, unsere Spiele, unsere neuen Spiele auch aus der Nähe zu betrachten, vielleicht auch mal ein paar Fragen zu stellen und sich selber einfach ein Bild davon zu machen. Also wir würden uns freuen, wenn so viele wie möglich einfach kommen. Also, dann sehen wir uns am Neubauernweg. Bis dahin. Nieuweignisse! 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 Nieuweignisse!